Wir machen die Probe auf Sexample, Mediamarkt in Mainz. Wie viele Coolio-CDs sind noch da? Scheinbar noch alle, zumindest auf den ersten Blick. Hip-Hop und Black Music wird ziemlich viel geklaut, aber falls viele geklaut sein sollten, dann werden wir Coolio komplett aus dem Programm rausnehmen, weil das können wir nicht verantworten. Das Mainzer Gastspiel scheint also ernsthafte Konsequenzen für Coolio nach sich zu ziehen, die...